hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play minecraft ja, let's play scabbin in hübsch und ähm ich weiß nicht wie ich das machen soll aber ich muss diesen typen da noch immer töten ich versuche es einfach mal mit Feuer und äh den Trank der Unsichtbarkeit wo haben wir den denn äh Trank der Unsichtbarkeit so hallo ja ja ok, keine gute Idee ne gar keine gute Idee aber, ey ich wollte eigentlich einen anderen äh Dings machen Trank der Unsichtbarkeit nehm ich auf jeden Fall mal mal gucken ob das irgendwas bei den kleinen Background hilft so ok, sobald der das macht ist der Trank der Unsichtbarkeit weg ok ok so und dann kommt hier ein feueratem drauf so so, wie lang kann ich es sehen da oben hallo stopp du musst doch einfach nur sterben sterben so Objekte Pelzschild Dachenfluch oh oh ja 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 So, stopp, Pjekte, ähm, trank der kleinen Heilung, so, Feuer, Zerstörung, Magieresistenz, äh, Gift, äh, Furcht, nein, aber, so, und, oh, scheiße, ich bin gleich tot, okay, ähm, äh, ja, was macht der da, ich kann da nichts gegen tun, ich hasse es, wenn sowas passiert, ich kann suchen, jetzt weiß ich auch nicht, wie lange ich aufgenommen habe, und, es ist noch schöner, so, naja, so, auf jeden Fall, was ich jetzt, dass ich den Trank erst nachher schlucken muss, so, gehen wir mal auf, so, Objekte, Trank der Unsichtbarkeit, zack, so, Hallo, stopp, 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 So, jetzt, Ha, Drachenfluch, oh, falsche Seite, und Pelzschild, Oh, mein Gott, Jetzt habe ich mich von denen hinterher gehen lassen, Ah, verdammt, Geld, Geld, Gold, Zaubertrank der starken Heilung, Wart mal, was macht der, was macht der Zaubertrank der starken Heilung, 50, ja, das ist klar, aber, Heilung, Illusion, starke Heilung, da, 75 Magiepunkte, okay, ich werde jetzt hier einfach mal nochmal speichern, wenn wir mal den da, schreiben, und, ähm, machen wir nochmal ein bisschen Action da drinnen, würde ich sagen, so, Wo ist die Unsichtbarkeit? Oh, Magieresistenz wäre vielleicht nicht mal schlecht, aber erstmal Unsichtbarkeit, und jetzt habe ich die Unsichtbarkeit gelegt wie deine Nagel gehängt, Aua, Hey, hör auf, Mensch braucht Ziel, Aua, So, stopp, Objekte, Magieresistenz, dann, Heil, dann Gesundheit, dann Kleiner Heil, gut, Ausrüsten, Pelzschild, und, Schwert, ja, falsche Seite, und Pelzschild, so, und, wir nehmen Feuer, und, wie kann man gegen so einen Scheißtypen gewinnen? Ich weiß es nicht, ich weiß es ganz und gar nicht, ich würde sagen, ich mache erst mal was anderes, bevor ich das nochmal mache, denn das macht keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn, hier weiterzumachen, wenn ich nicht weiterkomme, was ziemlich schade ist, aber ich würde sagen, ich laufe einfach mal wieder zurück, und, ja, tut mir leid, dass ich jetzt so lange hier in diesem Tempel mit saß, aber ich komme einfach nicht weiter, und, da nützt es auch nichts, irgendwas anderes zu machen, so, wie kam ich hier nochmal raus? Super, Orientierung gleich, nu, nu, war das die Wichtige? Das war die, wo man reingegangen ist, oder? Warte mal, wenn wir hier, doch, das war richtig, ah, Genie am Start, Genie am Start, genial, so, Tut mir leid, aber da kann ich jetzt nichts machen, ich würde sagen, ich mache da erstmal eines der anderen, Möglichkeiten, und gucke mal in mein Quest-System, was sagt mir das denn, äh, da, gib mir die Quest, das hören wir mal auf, mh, finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet, das finde ich doch mal schön, Hallo? Ich möchte herausfinden, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet, nicht dein dummes Ding da, sag jetzt nicht, die befindet sich auch da drin, oder ich kann die Mission nicht abbrechen, oder irgendwie sowas, äh, äh, dann speichern wir auf jeden Fall nochmal, und zweitens mal nehmen wir, das Ding hier, so, Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich möchte hier hoch, äh, okay, ich habe keine Ahnung, ich finde nichts, gut, ähm, es war natürlich das Falsche, ich würde sagen, Quest, äh, haben Alduin die Schriftrolle der Alten in Zukunft mit der Hilfe Drachenfall Alten in den Mund, ah, Winterfeste, gut, das kann man ja mal eben kurz machen, reisen wir nach, Winterfeste, oh, ich habe den Ort noch nicht entdeckt, okay, dann würde ich sagen, mh, Karte, mache ich doch einmal mal, zwischen Stopp in, da unten, Weißlauf, und da ist doch immer so eine schöne Kutsche, und die kann ich dann noch mal fragen, wohin ich gehen muss, außerdem kann ich da meinen Helm aufrüsten, mh, zumindest glaube ich das, ich hoffe es mal auch, ah, da ist unser, Backdrache, bei Ismir, ihr habt geholfen, den gülden Grünbaum zu retten, Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet, ich muss sagen, das sieht sau, saugeil aus, mit den ganzen Effekten, ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht, drinnen gibt es noch mehr, äh, ja genau, ich wollte meinen Helm, verbessern, wird von jemand anderem benutzt, ha ha ha, veredelter Mondstadt, ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin, diese Ehre gebührt Eol und Graumähne, gut, kennt ihr meinen Vater, er ist der Vogt oben in der Drachen, die besten Waffen und Rüstungen, gut, ähm, dann verkaufe ich mal mein Stuff, und zwar, äh, Messelfluch, er hat das so gut für gar nichts, aber der hat ein saumäßig hohes Gericht, uh, kann weg, so dann, ähm, alter Nordbogen, kann auch weg, so, dann, das Ding, kann auch weg, Redekunst verbessert, wie schön, und dann hätte ich gerne von dir, äh, von dir, einen veredelten Mondstein, den du natürlich nicht besitzt, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, wieso besitzt du keinen veredelten Mondstein, habe ich dir das schon abkauft, ich hoffe mal nicht, vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls sie etwas braucht, ja, ja, ist ja schon okay, äh, ein, Quecksilber brach, ja, ich würde sagen, ich, ihr denkt, dass all der, die besten Waffen und Rüstungen, ja, ist schon klar, hast du Quecksilber, ne, hast du auch nicht, natürlich hast du kein Quecksilber, warum solltest du auch Quecksilber haben, genau, warum solltest du Quecksilber haben, hm, scheiß, Grache, ach, hier drinnen darf ich ja nichts machen, wäre etwas doof, wenn man das da drinnen machen würde, muss man ehrlich sagen, aber ich muss sagen, ich muss hier wieder einen Cut machen, denn sonst wird die Folge wieder zu lang, und ich möchte nicht, wenn die Folge zu lang wird, deshalb, bis zum nächsten Mal, haut rein, tut mir leid für das Fällen, gerade eben,